Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute die dritte Reihe von Amnesia und zwar Amnesia Rebirth und wir wollen auch gar nicht lange schnacken, sondern wollen direkt ins Game gehen und wir gucken mal rein, wie es da, äh, ja, wie es da weitergeht. Wir lassen uns überraschen. When you realize what the pain has made of you, in hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face, acting on instinct, lashing out, even at those closest to you, time has passed. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day, you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. What was that? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. Your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Marka. Oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alexia! Yasmin, get up here! Hello. 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 Can anyone reach me? Hey, hold on. Oh, come on, come on, come on, stay with me, stay with you, baby! Don't forget, don't lose it, no, no, come on, if you find him, he must understand, don't forget, it's her, it's all because of her, focus, I am Tessie, I am still Tessie. Okay, 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 also es geht auf jeden Fall direkt los, äh, ich hab keine Ahnung, was, you can go forward, was, was ist hier passiert, wir sind abgestürzt, was? Hä? Okay, komm, nimm die, nimm, nimm doch, wie? Okay, denn, das sieht aus wie Heilung. Aber, was? Was passiert hier? Tessie, mhm, okay, Tessie schein-, sind wir anscheinend. Und dieses Mittel hilft uns anscheinend gegen Angst und Mut. So würde ich es jetzt verstehen. Oder, seh ich da irgendwas falsch? Oh, wo ist Salim? Okay, und damit zeig ich nochmal ein herzliches Willkommen hier wieder zu Amnesia Rebirth und, äh, ja, wir sind anscheinend Tessie und fahren unter dem Flugzeug mit Salim, unserem Freund, Mann, Verlobten, I don't know, und wir sind abgestürzt. Und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt hier weiter geht. I have to remember the wild, nee, I have to, I have to remember she will die, find Salim. Okay, das ist unsere To-Do, also wir müssen, äh, Salim finden. Das sind die Memories, äh, wo wir, was ist das denn? Wo wir den Hinweis bekommen hatten mit, ach du, was? Ist ja gar nicht so umfangreich, äh, Alter, ist ja okay. Wie, wie komme ich hier wieder raus? Äh, hallo? Raus? Gibt's hier, ne Möglichkeit? Exit? Okay, woanders ein Klick. Okay, also wir können uns auf jeden Fall nicht erinnern, wir haben anscheinend, äh, Probleme. Taschenlampe haben wir leider noch nicht. Was ist das hier? Ja, und? Weiter, können wir jetzt damit machen? You can press to rotate. Kann ich das auch öffnen? Also. Ah, mit T ist ein bisschen angenehmer, okay. Anscheinend nicht. Gut. Vielleicht können wir uns denn jetzt hier alles angucken. Nimm die Weste. Nimm sie. Zieh sie an. Okay. Äh, ist jetzt die Frage, sollen wir uns jetzt hier erstmal alles angucken oder sollen wir einfach raus, weil hier gibt's nichts weiter? Oder, wie ist das jetzt hier der Fall? Achso, hier kann ich denn vor und zurück, okay. Äh, wir sind also anscheinend jetzt erstmal noch im Tutorial. Nichts ist hier mit, ne? Ah, ne, das ist jetzt leer. Und hier ist ne Blutspur. Was ist das? Warum? Hä? Was? Ich? Ah, okay. Let's make it. Hello? Ich bin hier. Oh Gott, das sieht alles nicht so gut aus. This is Tessie. Hast du irgendwo ein Mikrofon, wo du reinsprechen kannst? Oder ist einfach nur... Ich bin noch hier. Ich bin hier. Mach doch. Also. Ja. Hau. What? Achso, das ist er. Okay, das ist mein Inventory. Wo sind wir hier? Was haben wir an der... Das ist doch kein Armband. Was ist das für eine Uhr? Okay, wir sind in der Wüste. Wir hatten auch beim Fluggrad eben, wo wir so abgestürzt sind. Flashbacks. Da war ja so... Hilfe! 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 What? Da hatten wir... Das sah ja aus wie... Weiß ich nicht. Wie so ein Leuchtturm. Ja? Mach doch auf! Ja, weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, dann würde ich mir die Fragen... Was? Wer spricht der da mit mir? Also... Dieser Salim oder... Wer? Lass mich doch mal an die Kiste da ran. Ich... Ich will da reingucken. Ich kann da nicht reingucken. Hä? Leon, Jonathan. Gib uns eine Hand hier. Wer ist denn Leon und wer ist Jonathan? Und... Okay. Was... Was machen wir jetzt am dümmsten? Also wir sind jetzt hier raus. Und haben hier Fußspuren. Which band... Was für ein Case? Also hier? Haben wir hier... Hier irgendwas drinne? Nein. Auch nicht. Okay. Sind es einfach fahrlose Flashbacks, die wir hier haben? Oder... Was ist das jetzt hier? Ich... Ich verstehe es nicht. Okay. Also uns geht es nicht so gut und... Wir haben Flashbacks. Okay. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? LOL. Was ist das? Das ist ein Grab. Das Ding direkt die Sunlight ist eine schlechte Idee. Keep to the shadows. Oh, okay. Okay. Das ist... Anscheinend... Haben wir ein Problem. Height Mode macht dich nicht mehr visibel, aber nicht mehr zu移ern. Okay. Ich kann mich nicht so... Nicht bewegen. Okay. Gott. Oh, Gott. What the fuck? Was ist hier passiert? Okay, wir gehen hier mal weiter, weil hier vorne sind noch Footsteps. Maybe wir... Wait. Hank. We have no choice. We need to get them to shelter. I know. It's Selim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there. Then you and I can sit on him while the dog takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Okay. Also, wir haben jetzt eine weitere Erinnerung. Freigeschaltet. Können wir irgendwas machen? Ich kann... Ich kann alles hier rausnehmen, aber... Lass uns einen Tee machen. Komm. Okay, also, wir sind abgestürzt. Suchen jetzt unseren... Freund. Salim. Und hoffen, dass er nicht einer von diesen... Leuten ist, die da im Grab lagen. Kann ich auch nichts machen. Ja, okay. Wir gehen mal ganz schön. Salim! Salim, are you there? Boah, die brüllt aber auch ganz schön. Also, das zimmert gerade in meinen Ohren. Das ist ja... Okay. So, es ist die Frage, wo gehen wir jetzt lang? Da lang? Da hoch? Oder da lang? Da wir nicht so lange in der Sonne sein sollten, damit wir... Damit es uns vielleicht nicht so schlecht geht, würde ich jetzt mal sagen, wir gehen hier an der Seite lang. Einfach schön am Schatten. Weil... Nicht, dass wir von der Sonne weggebrutzelt werden. Das wäre nicht so optimal. Gar nicht. Und anscheinend kommen wir ja auch von hier nach da. Also, wir kommen anscheinend immer zu dem... selben Weg. So in der Art. So, hier ist jetzt nochmal Schatten. Hier müssen wir nochmal kurz rein. Ins Zwischenbunkern. Damit uns das nicht so schlecht geht. Okay. Also, hier ist nichts weiter. Okay. Aber hier sind noch weitere Trümmerteile. Also, wie sind die denn bitte hier hingekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut und clever ist, jetzt da reinzugehen, wenn da so eine... Naja... Ich sag mal, Totems sind und auf dem Stein ist ein Smiley gemalt. Wahrscheinlich mit Blut. Aha. Es ist gut, ist es nicht? Die Leute haben hier gewesen. So. Wir werden schritten. Wir sind schritten. Wir sind zuerst. Ich gehe hier. Aber das würde... Achso. Ich habe nicht geholfen. Wir sind in der Scheiße. Also... Ist schon... Komisch. Weil... Wenn wir das Ganze als... Erinnerung schon hatten, dann waren wir ja hier schon mal. Eigentlich. Hä? Ich raff nichts. Und... Gibt es hier irgendwie... Irgendwas? Dearest Susan. Dearest Alfie. Die Storys don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. The smells, the flavors, the colors, and oh, the noise. I may have picked you both up a little something. You never know your luck. All my love. Always. Dad. Okay. He's dead. Why? All notes you have for the story in your journal. Okay. Cool. Ich würde gern... So. Mal ganz, ganz, ganz kurz. Also ganz, ganz kurz. Nicht ganz kurz. Ganz kurz. Äh. Wir sind gestrandet. Also wir sind abgestürzt. Mit unserem... Verlobten, Freund, Mann, Salim. Sind aber anscheinend hier auf der Suche nach... Daddy? Weil wir hier eine Postkarte von Dad haben? Ähm. Und sollen jetzt hier in die Cave. Also in die Höhle. Wo, wo hier vorne... Ich sag jetzt mal... Komische Dinge stehen. Warum sollte ich jetzt hier reingehen? Aber komm, wir gehen rein. Hey, 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 hey. Was gehört dazu? Also so ein bisschen. Oh, Tazzy. Schau mal an die Hand. So kleine, perfekte Finger. Oh, Tazzy. Okay. Sind wir das? Hello, my little one. Und ist das unser Dad? Oder... What? Hm. Okay. 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 Come on. Not far now. What? Hier muss jemand gewesen sein, weil... Das glüht ja hier alles noch. Das ist... Oh Gott. Also, ich weiß... Ich... Also, ich weiß ja nicht. Ich... Ich... Was passiert hier? Ich... Verstehe es nicht. Also, er hat sich verletzt. Klar, okay. Wurde... Zugenäht. Okay. Wir waren aber anscheinend dabei. Was... Kein Sinn macht. Also, warum... Warum waren wir denn... Warum... Warum waren wir denn... Wieder im... Warum waren wir denn wieder im... Im Flugzeug? Also, wer hat uns da wieder zurückgebracht? Salim Hanachi. Tazi Trianan. August. 33. Love Trans... Trans... Transcans Law. Okay. What is it? I... I had something... To say to you. Whole speech, something poetic, but... Okay. You don't need to say anything. I know, it's just... I never thought this would happen. Any of this. You and me. I would never have imagined. Salim. There is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying. I've been in love with you, you idiot. You are my heart, Desi Trianan. Okay. I said no poetry. Okay. Also, eine Frau, die keine Gedichte mag oder will. Hm. Cool. Ja, kann man machen. Geht auch anders. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden. James Henry Meichel, Expandant Leader. Rachel Holt, Assistant. Also, hier ist eine Auflistung von den ganzen Reisenden, beziehungsweise die jetzt hier wahrscheinlich in der Liste waren. Bis auf der Pilot, der ist durchgestrichen und ein paar andere sind aber trotzdem alle abgehakt. Okay. Gut. Äh, hier haben wir eine Karte. Äh, okay. Ich, 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 ich nehme es jetzt mal mit. Ah, ja, klar. Mhm, mhm, mhm. Was haben wir denn hier? Anastasia Trianon. Engineer, Drafter. Papers, not needed. French National. Also, wir sind französischer Nationalität. La Bogu. Or Bourguet. Bourguet. Ah, egal. Tasi Tasi, really don't know how best to handle this. Sure, she'll cope in the field. This is not a difficult trip. We've been on much worse. But the last year has been hell for her. A call from Paris. She sounded so broken. Guess all I can do is look out for her. Try to keep her busy. Need to prod Malek and Rachel to do the same. She's got Salim here too, which will help. I really hope, really, really, really hope this is what she needs. That can start. Okay. Ähm, da gibt's noch. Ähm, wie komme ich auf die... Ja, next page. Äh, mending things for her. For both of them. Okay. Das hat jetzt da nicht mehr reingepasst. Hey, I promise I won't bring us up again, but I know this won't be easy on you. First time out again, you know? So, if you want a break, you want to get away from people, any of that. Just say whatever you need. Ja, okay. Also, gut. Was immer ich will. Aber, ja. Wir schauen mal. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now. And the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Okay. Also, er ist hier langgegangen. Warum couldn't you wait? Um, um, um uns zu suchen, obwohl wir im Flugzeug waren? Was? Also. Was? So, wirklich logisch? Ey, sag ich jetzt mal, ist es nicht? Wieso kann ich jetzt das schon wieder nicht öffnen? Nimm noch. Mach doch. Muss ich das hier alles runterschmeißen? Okay, runter. Runter. Jetzt. Ah, hat ja richtig viel gebracht. Äh, warte mal. Hier geht's ja noch weiter. What the fuck? Oh, nein. Wer ist das? Hallo? Das ist meine Lichtquelle? Ich, ich... Ah, ein Streichholz. Okay, ich habe ein Streichholz. Geil. Okay. Lukas? Okay, wir haben Lukas gefunden. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle, so traulich und so holt, als eine stille Kammer, wo ihr das Tagesjammer, verschlafen und vergessen sollt? Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Okay. Wir stolze Menschenkinder sind eitel und wissen gar nicht viel, wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht eitelkart uns freuen, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden, wie Kinder fromm und fröhlich sein. Okay, schönes Gedicht. But, why? Okay. Okay, also Lukas, tot. Eva, Ritter, Frau, Freundin, tot von, also hat sich selbst umgebracht wegen Lukas. So, und anscheinend hat Salim was mit Lukas tot zu tun. Oder vielleicht auch nicht. Gold. Oh, shit. Eva. Eva. You are Eva. Oh, ich bin so sorry. Okay, gut, wir gehen einfach mal Salim hinterher, weil es so schön ist. Und jetzt noch ein paar Streichhölzer. Was ist das? Warum? Also. Lol. Okay, das sind... Moving around too much while holding a match will make it go out. Ja, das ist dann problematisch, würde ich sagen. Das heißt, wir dürfen uns... Jawohl, genau. Wir dürfen uns anscheinend nicht so viel bewegen. Salim! Oh no, 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 no. I went to see Monsieur Esperandi at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. I want to know that I'm keeping them safe. This is from Salims own diary. Oh Gott, das ist ja... Es wird ja hier ganz schön dunkel. Wie sieht's hier aus? Okay, hier geht's nicht weiter. Ja, nice. Schön, dass wir jetzt hier runter müssen. Hey, hey. Ich freu mich. Ohne... If you don't... Okay, 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 okay. Wir machen hier Feuer an. Weil es ist wichtig, weil wir dürfen nicht zu lange im Dunkeln sein. Okay, okay, okay. Wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder zurück. Okay. Warum haben wir hier so eine Steinhäufchen? Okay, du wartest ein, ja, Skarabeus. Und wir haben drei weitere Gänge. Die hoffentlich uns Richtung Salim führen. No! Kann ich nicht einfach das Ding hier mitnehmen als... Fackel? Ja, das war jetzt mein letzter Streichweilz. I don't get it if it... Ja, zwei weitere. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ich seh nichts mehr. Es ist... Ja, uns geht's echt nicht gut, wa? Also, wenn wir zu lange im Dunkeln sind... Ist schlecht für uns. Wir haben aber auch ein Timing. Mach hier auf. Ja, ich jetzt... Fühl mich jetzt nicht unbedingt viel wohler hier. Also. Wir sind in irgendeinem Grabtunnel, irgendwas hier unten. No! Holy Mother, hier... Was? Hier, mein... Play, please, please. Ich kann die ausmachen. Ja. Als ob ich die jetzt ausmachen würde. Okay. Was hat man jetzt jetzt... Also, bis auf, dass wir hier Streichhölzer gefunden haben und... So eine komische Figur hat uns das gebracht. Also, eigentlich nichts. Why? Okay, hier... Hier geht's nicht... Nicht weiter. Hier geht's zurück. Hier... Jumpen wir mal ganz kurz hier hin, damit wir uns hier kurz beruhigen. Gibt's denn eigentlich... So was wie bei den anderen Amnesia-Teilen... So eine Sachen... Wo ich... Ähm... Sehe, wie mein Zustand ist. Scheinend nicht. Hier heißt noch Umkehrschluss, ich hab keinen Zustand? Ähm... Warum kann ich das jetzt hier anfeuern und... Macht da gar keinen Sinn? Was ist hier los? Das... Gar nicht gesehen. Nach dieser Notiz bin ich verwirrt... Verwirrterheitsfeuer. Wen hat er denn jetzt beobachtet? Also, mich kann's ja nicht sein, weil... Ich war ja... Nicht da. Hä? Okay, also wir gehen unserer Expedition hier auch weiter nach. Hier kommen wir nicht weiter, okay. Gut, dann springen wir jetzt hier rüber. Kommen wir hier auch nicht weiter. Cool. Na, dann können wir auch wieder zurückgehen. Also, wir sind jetzt hier hin, um den Hinweis zu bekommen. Und diesen Raum zu finden. Cool. Jetzt sind wir hier wieder bei den Steinen. Gut. Heißt jetzt, im Umkehrschluss, wir gehen jetzt hier hoch. Gott. Ist ja gar nicht mal so... Ja, das... Es wäre schön. Wenn wir sowas finden würden. Hä? Jetzt sind wir wieder zurückgelaufen. Ich bin so clever. Kann ich das hier mitnehmen? Nein. Okay. So, wir gehen wieder zurück. Ne, wir gehen nicht. Ne, stimmt nicht. Verdammt. Wir gehen hier komplett... Ja, ich bin... Ich bin so verwirrt. Orientierung gleich. Nicht vorhanden. Warte mal. Ich bin nicht jetzt hier lang gelaufen? Leil. Okay, das Ding macht eine Kurve. Äh. Hä? Oh, hier kurz Licht an. Okay, aber hier sind wir dann schon auf dem richtigen Weg gewesen. Aber... Warte. Hier kommen wir doch nicht weiter. Oh, da hinten war doch der Raum nur. Okay, bitte. So, eine Kurve. 預 америкemu. Vielen Dank.